Wir, die Schüler und Schülerinnen der Klassen 5a und 6a, wollen euch ein paar Tipps geben, wie man ein Plakat gut gestalten kann. Zuerst raten wir euch, Skizzen anzufertigen und kleine Kärtchen zu benutzen, damit das Plakat eine ansprechende Form bekommt. Die Überschrift ist sehr wichtig, weil sie wie ein Blickfang für das ganze Plakat ist und man darin das Thema des Plakates sehen sollte. Stichworte reichen eigentlich aus, um ein Thema zu erklären und dann muss man nicht sehr lange Geschichten und Sätze gleich schreiben, sondern kann einfach nur kleine Stichworte schreiben. Warum sollte eigentlich Druckschrift verwendet werden? Weil Druckschrift kann man aus weiter Entfernung besser lesen, als Schreibschrift zum Beispiel. Zum Schluss sollte man bei einem guten Plakat auch Bilder und Fotos verwenden, die aber nicht zu bunt sein sollten, denn dann lenken sie oft vom Inhalt des Plakates ab und erklären das einem nicht besser. Tschüss, bis zu unserem nächsten E-Book.